Razor, Zetazat, ich muss Record bauen. Der erste Juj, den habe ich schon gesoffen von meinem Bier. Ich habe ja zwei Bier gekauft. Ja, warum nicht? Das ist ja Teil meines Lifestyles, Teil meiner Genussfeld. Dass ich ja irgendetwas zu trinken zu mir nehme. Ich habe normales Trinken und ich habe Bier. Ich unterscheide da schon, während die feinen Unterschiede sympathisch sind. Man kann auch zwei Sachen, die unterschiedlich sind, haben in einer Matte. Weil nur in dem Level sind die voneinander unterschiedlich. Die kennen sich nicht, aber das Level höher hat beides als Details. Und so bauen wir unsere Welt immer mehr als vorher wird verbunden. Weil wir erklären den beiden Details, dass die doch zu einer Welt gehören, also agrees haben müssen. Rules. Die feinen Unterschiede sind sympathisch, richtig. Rules, ja. Weil sonst schlägst du dich gegenseitig, verstehst du, ja. Ach ja, ich habe ja vor vier Tagen ein Record begonnen, ja. Stimmt, die feinen Unterschiede sind sympathisch, ja. Aber zuerst muss ich noch einen Schluck nehmen, weil sie verstehen nicht. Der erste Schluck, die ich genommen habe, sie verstehen nicht, was das heißt. Ja. Ja. Ich trinke ein Bier, ich habe im Rucksack noch eins, ich trinke jetzt zwei Bier. Ich habe ja noch einen Euro klargemacht, den habe ich unter meiner Matte gefunden. Welche Woche hat den da bloß versteckt? Ja. Pamela Anderson vielleicht, ja. Das könnte sein, ja. Also, ich muss jetzt erst noch einen Jutsch nehmen. Einen Schluck, ja. Einen Jutsch. Ein Jutsch ist mehr. Von meiner W.A. Ja. Früher haben wir immer Reif gesagt. Das ist, nee, nicht One Punch Mickey, noch eine Stufe drunter. Da verstehst du ja, die Brad Pits, verstehst du ja. Achilles, Tyler Durden, One Punch Mickey und der unterste Kern, ja, von Richtig, ja. Kann man schon fast Hillbilly Redneck nennen. Oder vielleicht Blondneck dann eher, den Brad Pitt gespielt hat, ist in dem Film California mit David Tukovny und auch, ja, das ist der Kalifornier, ja, es gibt ja zwei Kalifornier, sowas ich weiß, mit Brad Pitt, ja. Einer ist mit Julia Roberts und einer ist mit Juliette Lewis. Juliette Lewis ist aber kein Dreck, sondern Lifestyle erwachsen. Denn die ist eine Rockröhre, Juliette Lewis and the Leaks. Die habe ich sogar live gesehen. Und Juliette Lewis ist Stage gedivet mit Knieschoner an und Rock. Und ich habe die auch getragen. Ja, wahr ist er. Die hat meine Hand gegriffen sogar. Erinnert sich, Juliette Lewis erinnert sich, Hurricane Festival 2005, ja. Der Blonde mit Sonnenbrille in einer hellbraunen Courtjacke, ja. Und den hat man vielleicht auf Video, ja. Das bin ich, ja. Razor the Tazer, ja. Und ich habe tatsächlich, Red Lewis in echt Touch ist Labkomponente, right? Kommt in die Saal ab und ich will dich ficken, Juliette Lewis, ja. Ich bin Richard, ja. Und wieso gucke ich dich seit neun Minuten an? Ich wollte dich fragen, ob ich vielleicht deine Füße ablegen darf. Ja, das ist doch nur ein Filmzitat. Das ist From Dusk Till Dawn, ja. Quentin Tarantino spielt den Charakter Richard, ja. Und Richard hat so viel, dass er bleibt ja hoch. Ich. Für alle. Denn ich bin Richard und Richard ist der König. Aber Richard flippt nicht aus, denn Richard verhandelt. Verstehst du? Und ich weiß, dass der Charakter Richard in From Dusk Till Dawn für sich hat, dass er hoch bleibt für die Frau, auch wenn er ihr sagt, denn sogar der fragt ihn, ja. Wir behandeln Fragen. Er weiß nicht, was er fragt. Ask. Und trotzdem bleibt er aber hoch. Verstehen Sie? Dass er für die hoch bleibt. Das war ja gar nicht der Ende des Satzes, das weiß ich ja. Das war ja nur ein Scherz. Ob er ihr die Füße ablecken darf. Ja, Richard in From Dusk Till Dawn, in dem Trailer, die entführen die ja gerade. Ja, die ist aber, die ist ja entführt. Du musst verstehen, die entführen die ja. Und er sitzt da mit Knarre und fragt die, ob er ihr die Füße ablecken darf. Ja, verstehst du? Ja. 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 Da kann es auch ein Pegasus sein. Und du, Juliette Lewis, lieben. Ja. Ich liebe dich. Ja. Wahr ist das. Ich bin hoch für Frauen. Ja. Wie ich liebe, ist ein richtiger Mann. Ja, verstehst du? Ja. Und das ist ein True Richard für dich. Hardcore Giver. Ja. Sperm. Verstehst du? Ja. Cream. Bost. Ja, wie herkwarte. Ja. Ja. Ja.